Ja, hallo, mein Name ist Hermann Krottenmeier. Ich freue mich sehr, euch unser neues Angebot der Mentalakademie Europa vorzustellen. Was findest ihr jetzt auf Mentalkut drauf? Auf der Webseite findest du viele Online-Kurse zu mentalen Themen. Aufgebaut auf ein personalisiertes E-Learning und sehr innovativen Mikrotraining. Jeder, der sich mental weiterentwickeln kann, damit seine mentale Kompetenz erweitern und somit auch wirklich der Gestalter seiner Gedanken werden. Die Mentalakademie Europa stellt hier wertvolle Inhalte zu dem Thema Mentaltraining zur Verfügung. Und der Vorteil von diesem Portal ist vor allem der Zugang zum Lernen rund um die Uhr, 24 Stunden, Tag und Nacht. Du kannst jederzeit mit einem Kurs beginnen, wenn es dich interessiert. Das Lernen des Lehrers und das Trainieren selbst bestimmen. Du kannst auch das mentale Training auf den eigenen Ressourcen wirklich aufbauen und sie für dich gut nutzen. Was findest du jetzt auf dieser Mentalkut draufseite? Und zwar sind da folgende Kurse da. Es gibt einmal mentale Grundlagen. Der Kurs steht allen kostenlos zur Verfügung. Ein mentales Mikrotraining, wo du wirklich Vitamine mentale holen kannst für jeden Tag. Zu einem Kostenpunkt von 27 Euro. Einmalig. Mentale Stärke im Beruf. Herausforderungen am Meistern. Das ist auch ein kostenloses Angebot von Mentalkut drauf. Die Magie eines erfüllten Lebens. Kikei-Grundlagen sind auch kostenlos für alle interessierten Menschen. Dem Glück auf der Spur. 13 Möglichkeiten des Glück aufzubereiten und auch für einmalig 27 Euro zu erwerben. Die Duis zur Stressbewettigung. Leichtigkeit für den Alltag. Für alle kostenlos nutzen. Dieses Angebot wird ständig erweitert und ergänzt. Wir wünschen einfach viel Freude bei diesen Punkten, die da für dich dabei sind. Auch Wünsche können geäußert werden. Mentales Training. Ja, was ist das überhaupt? Mentales Training ist für die Mental Chemopäne ein Lebenstraining. Wo man gezielt versucht, seine sozialen und emotionale Kompetenzen, sein Selbstbewusstsein und seine kognitiven Fähigkeiten zu stärken. Wir verstehen darunter Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Lernen, Problemlösen, Kreativität, Orientierung, Vorstellungskraft, Entspannung sowie die Belastbarkeit und das Wohlbefinden zu verbessern. Dann trainiert man für das Leben. Ja, wir haben auch eine Möglichkeit geschaffen, in unserem Online-Mental-Café sich zu treffen, auszutauschen, gute Gespräche zu führen. Die stellen wir über Mentalkut drauf zur Verfügung. Mach Termine dazu. Wie schaut das jetzt aus in der Zukunft? Es gibt ein ganz kurzes Video demnächst. Wie kann man sich einloggen? Wie kann man sich anmelden auf diesem Portal? Und wie funktioniert das mit den ganzen Hinweisen? Bekommt demnächst. Bis bald. Wie kann man sich anmelden auf dem Hinweisen? Wie kann man sich anmelden auf dem Hinweisen? Wie kann man sich anmelden auf dem Hinweisen?